Nicht verdient, geschrieben am 5. Januar 2010 von Wilfried Liebe. Nicht verdient. Die Sache selber in die Hand nehmen. Heißt, sich erinnern an die Maus. Und dann sehe ich ein Stück Land und träume mich in Tiefen und Höhen. Es fehlt mir nicht an Respekt. Und viele Dinge möchte ich so gerne wiedergutmachen. Jetzt, wo alles zu spät ist, mit mir und meinen sich grau färbenden Haaren. Nein, nein, du Undankbare. Du hattest stündlich mehr, als dir zugestanden hast. Aber auch viel zu wenig, als einer wie du braucht. Das einzige, was auf deinem Abspann steht, ist das Wort Hunger. Mit einem? Nein, nein, ich bin einfach. Dinut4-5-5-6-5-6-6-6-7-6-7-7-7-8-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8. Untertitelung des ZDF, 2020